Hallo ihr Lieben, wir drehen hier gerade Sissi Staffel 2. Ja, Sissi zu spielen ist natürlich was ganz Besonderes, da es tatsächlich eine Sissi gegeben hat. Wir hauchen ja bei Sissi Menschenleben ein, die wirklich gelebt haben. Das Besondere daran ist, dass man quasi eine Biografie bekommt, an der man sich lange hangeln kann. Normalerweise muss man sich ganz viel ausdenken. Und das ist natürlich schauspielerisch dann besonders interessant. Einerseits, weil es enorm viel über diese Figur, über die tatsächliche Kaiserin zu lesen und zu erfahren gibt. Andererseits beruhen viele dieser Informationen auch nur auf Thesen. Familiäre Backgrounds, Vorlieben, Charakterzüge und hier ist das alles schon vorgegeben. Und das ist für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin ein riesiges Geschenk. Und dann wiederum geht es ja darum, dass man in dieser oder in unserer Serie erfinden wir ja eine ganz neue Sissi dann wieder. Da geht es dann darum, rauszufinden, was übernimmt man und was ist unsere, meine Sissi? Es gab wirklich viele Momente am Set, in denen ich mich gefragt habe, wie hat Franz sich eigentlich wirklich gefühlt währenddessen? Wie ist das, durch eine Menschenmenge zu gehen? Der Name wird geschrien und man wird angefasst, man wird als Kaiser verehrt. Für mich als Schauspieler ist es natürlich total beeindruckend und schön, in dieses Leben einzutauchen. Und ihr könnt auch mit eintauchen. Schaut euch Staffel 2 an und viel Spaß dabei. Für mich als Schauspieler 2 an und viel Spaß dabei.